Läuft euer Minecraft schlecht? Stürzt es immer ab, weil euer Computer zu schwach ist? Ich kann das vielleicht beheben. Benutzt hierfür die Sodium-Mod. Die kann eure Bilder pro Sekunde verdoppeln bis teilweise verdreifachen. Besonders bei leistungsschwachen PCs macht das einen riesen Unterschied. Wenn ihr aber mehr rausquetschen wollt, stellt dann auch am besten die Render-Distanz runter. Für mich ist 8 immer noch gut spielbar. Und wenn das nicht genug ist, könnt ihr ein Texture-Pack benutzen, welches 8x8 Pixel für die Grafik benutzt. Und für die Leute, die so ein Mittelklasse-PC haben, da ist vielleicht endlich der Raum für Shader da.